Das Leben der 17-jährigen schüchternden Susu verändert sich schlagartig, als sie sich auf der Plattform You anmeldet, einer virtuellen Welt mit 5 Milliarden Nutzern. Ihr Avatar ist die schöne und anmutige Belle. In der schützenden Anonymität der Online-Welt überwindet die junge Schülerin ihre Selbstzweifel und steigt über Nacht zum weltberühmten Star auf. Die ganze Welt möchte wissen, wer ist Belle? Ein Konzertauftritt von Belle wird jedoch von der Ankunft eines mysteriösen Wesens, dem Biest, unterbrochen. Fasziniert von den bedrohlich aussehenden Unruhestifter macht sich Belle daran, das Rätsel um das Biest aufzudecken. Vor uns liegen haben wir die Ultimate Collectors Edition von Belle. Diese kann man sich noch aktuell exklusiv beim Anime Planet für 59,99 Euro bestellen. Was darin enthalten ist, das zeige ich euch besser, bevor ich jetzt hier einen ewig langen Monolog halte. Also gucken wir uns mal die Box einmal genauer an. Die ist glänzend gehalten, wie wir sehen können. Das Biest hier hinten ist ganz gut und scharf abgedruckt. Belle etwas unscharf, kann aber auch Stilmittel sein hier, wegen diesem virtuellen Bild, das sich hier vor unserer Susu auftut. Ansonsten haben wir hier oben nochmal den Schriftzug, hier unten den Schriftzug und an den Seiten überall nochmal unseren Schriftzug. Drehen wir das Ganze um, haben wir hier nochmal ein schönes Motiv und da sehen wir dann, dass Belle richtig scharf ist. Also ich tippe mal, dass das vorne so ein bisschen Stilmittel sein soll. Hier hinten sieht das eigentlich richtig, richtig gut aus. So wie das sein muss. Was ich cool finde an der Box ist, dass es hier so eine kleine Einsparung gibt. An der kann man das Ganze ganz leicht öffnen. Das Ganze wurde ja von Kochfilms veröffentlicht. Die hatten ja zuletzt Species rausgebracht. Und bei der Box fehlte sowas. Zur Größenordnung kann ich euch das jetzt noch zeigen. Die beiden Boxen sind eigentlich genau gleich von der Größe her. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser einordnen, wenn ihr denn schon eine Box wie eben Species bei euch zu Hause habt. Jo, so viel einmal dazu. Dann wie gesagt hier einfach mit den Fingern ganz leicht rein und dann öffnet man diese Box wunderbar hier. Das bleibt auch schön zusammen. Das finde ich gut gelöst. Auf der Rückseite war dieses technische Datenblatt mit drauf. Das passt hier auch wunderbar rein. Das sieht man ganz gut. Das kann man dann hier toll verstauen, ohne dass das irgendwie lose rumflackt irgendwo in der Ecke. Wir haben hier eine Inhaltsangabe. Darunter haben wir ein paar Setfotos. Dann haben wir hier auch die üppigen Extras. Ja, also wir haben hier den Soundtrack mit am Start auf Japanisch und auch auf Deutsch. Der Film liegt hier in 4K Ultra HD vor, auf Blu-ray vor und auch eben diese üppig ausgestattete Blu-ray Disc mit den ganzen Extras. Ihr seht es hier, Making-of, Hintergrundinformationen, Interviews, Design-Galerie und auch Scene-Breakdowns. Dann haben wir darunter noch die technischen Daten, Laufzeit 121 Minuten. Ja, und dann noch die technischen Spezifikationen der 4K Ultra HD. Brauche ich jetzt nicht alles extra vorlesen, könnt ihr euch entnehmen. Ihr seht es, dass hier deutsche DTS HD Master 7.1 Tonspur mit am Start ist und japanisch Dolby Atmos True HD, Untertitel Deutsch. Da vorne drauf war dann hier noch dieser Sticker, Bell 4-Disc Ultimate Edition mit den ganzen Hinweisen. Und wie gesagt, das passt hier super mit rein. Also da hat man gut mitgedacht. Dann hat man hier ein Limitierungszertifikat. Limitiert ist die Edition auf 4.444 Stück und ich habe die Nummer 1889. Könnte schon fast ein Geburtsjahr sein, aber so alt bin ich dann doch noch nicht. Dann haben wir hier so ein Magnetbild, Magnetposter schimpfen die sich. Hier hinten haben wir das Ganze. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt mal ein Steelbook hernehme, dann kann ich das Ganze hier drauflegen. Und dann kann ich hier das so auch als Steelbook-Auflage nutzen. Das ist mein Uncharted Steelbook. Aber von Bell erscheint ja auch ein Steelbook. Also vielleicht kann man das ganz cool miteinander verbinden und kombinieren. Dann geht es weiter mit diesen Lentikular-Bildern. Und die haben eine richtig tolle Tiefe. Von den Bewegungen her nicht megamäßig, aber schön sanft im Übergang, wenn ihr das seht. Das ist jetzt hier kein so billiges Lentikular-Bild, was man hier als Zugabe zum Beispiel bei den Karamalsheften oder so von den Minions und was weiß ich was hat. Also das sieht man. Das ist schon richtig hochwertig, super scharf gedruckt. Und die Tiefenwirkung, die ist hier bei den einzelnen Bildern richtig großartig. Ich muss nur schauen, dass ich keins überspringe, weil die sind ein bisschen dicker. Wenn man das nochmal, auf der Rückseite ist nichts drauf. Dann hat man hier das nächste und anhand der Blumen hier vorne, diese Rosenblätter, seht ihr diese schöne Tiefenwirkung hier auch. Und das ist richtig schön hier auch an den Gesichtern zu erkennen, wie sanft der Übergang ist. Und das Ganze ist auch toll bedruckt und nicht so pixelig eben. Denn ich erinnere mich da noch an ein paar Deadpool-Lentis und sowas. Ja, die waren echt übel. Hier auch diese Tiefenwirkung von Belle und dem Biest hier mit dem Rücken. Das kommt richtig schön raus. Als würde man den Film eben hier in 3D angucken im Kino. Sehr schön gemacht. Dann hier noch eins. Da sieht man auch die Tiefenwirkung sehr, sehr gut hier. Also sehr schön. Und hier dann das letzte Bild. Das Biest mit unserer Susu. Ist jetzt hier der Schwächste von der Reihe, wenn man mal die 5 nimmt, aber auch immer noch ganz cool. Und da gab es auch im Ausland ein Steelbook mit diesem Motiv. So, dann haben wir hier noch ein Poster. Ja, das kann ich euch jetzt mal so hinhalten. Susu und die Avatar sozusagen. Und dann gibt es hier noch ein paar Postkarten. Dahinter drauf ist leider nichts. Aber trotzdem immer nice to have. So, wunderbar. Dann haben wir hier das Booklet. Dann hier die Songtexte. Und zu guter Letzt kommt dann die Filmedition ebenfalls nochmal mit so einem Lentikulareffekt daher. Ist ein Digipack mit so einem Schuber. Und auf der Rückseite haben wir das Motiv von der Postkarte hier vorhin nochmal. Aber ohne Lentikulareffekt. Dann haben wir hier noch die Box an sich. Auch sehr schön hier noch mit einem Innenprint versehen. Hier noch ein paar Sprüchen zum Film. Und darunter auch nochmal schöne Innenprint. Also sieht eigentlich ganz edel aus. So, die Box dann im Ganzen. Und macht definitiv was her. Ja, dann gucken wir uns mal die Filmedition an. Das Ganze lässt sich hier so rausnehmen. Dann hat man eben hier den Schuber. Und hier dann dieses Digipack. Klappt sich so auf. Und dann haben wir hier zum einen die Soundtracks. Ja, kann man rausnehmen hier. Dann haben wir hier die Filme. Die Blu-Ray. Und dann haben wir hier noch eben die Bonus-Disc. Die ist zwar bedruckt, aber hat ein bisschen auch so diesen Paramount-Effekt, wo man hier den Finger fast durchsieht. Ja, seht ihr hier meine Finger? Aber gut, die Bälle ist so hübsch hier. Sollte eigentlich schon die Blicke auf sich ziehen. Jo, hier habt ihr dann den Innenprint dieses Digipacks. Ist okay. Wie gesagt, da ist im Ausland sogar so ein Steelbook mit diesem Motiv veröffentlicht worden. Und bei uns in Deutschland bekommen wir ein anderes Motiv, was mir wesentlich besser gefällt. Und das ist dann Amazon-Exklusiv. Dann gucken wir uns das Booklet zum Film noch genauer an. Sieht wie folgt aus. Ich blätter das mal hier so kurz übersichtlich durch. Ja. Dann habt ihr schon mal einen kurzen Überblick über dieses Booklet. Und dann geht es hier los mit der Geschichte rund um unsere kleine Susu, die sich da in diese Computerwelt You flüchtet mit ihrem Avatar. Und dieses Avatar bringt ja das Schöne und das Gute in einem Menschen zum Vorschein. Deswegen hat auch nur jeder Mensch ein Avatar, kann auch kein anderes Avatar übernehmen. Und da ist die Message des Films eigentlich auch ziemlich schnell klar. Wenn unser Mauerblümchen hier sich dann in diese Welt flüchtet, um endlich ein großer Star zu sein, um endlich auch wieder singen zu können, was ihre Leidenschaft ist, sie sich aber nicht traut. Ja. Ihr Selbstwertgefühl ist halt ziemlich am Boden. Sie hat ja auch ein tragisches Erlebnis gehabt in ihrer Kindheit mit ihrer Mutter und hat es nicht leicht in der Schule. Wird auch gehänselt und ist auch in einen Jungen verliebt. Und ja, da läuft sie regelmäßig rot an wie eine Tomate. Ja. Ganz süß gemacht. Und da werden halt diese Themen eben mit aufgenommen, dass man zu sich selbst stehen soll, sich nicht hinter Masken verstecken soll. Aber auch mutig sein soll, anderen Menschen helfen soll. Am Anfang denkt man bei dem Film, ja, ich habe es sofort raus, wohin sich dieser Film entwickelt. Es ist ja hier das große Vorbild natürlich, die Schöne und das Biest von Disney. Das Gute an dem Film ist, dass man sich da gar nicht so sehr auf die Liebesgeschichte hier konzentriert. Auch wenn man sich da erst dahingehend meint, ja, jetzt hat man das gleich durchschaut und das verläuft nach Schema F. Nein, da gibt es dann auch eine sehr spannende Wendung und es werden dann auch durchaus ernste Themen aufgegriffen. Und diese auch genauso behandelt. Natürlich immer auflockernd mit einem lustigen Spruch oder einer tollen Musik. Aber dann entwickelt sich der Film zum Ende hin richtig in eine Richtung, die ich jetzt so nicht erwartet habe, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist toll, dass dann eben jungen Menschen, die dann auch den Film mit angucken, wie zum Beispiel bei mir, die Tochter oder so, sich dann auch mit diesen Themen auseinandergesetzt sehen. Und ja, dass eigentlich einem näher gebracht wird und besprochen wird, ja, fand ich richtig großartig hier in Szene gesetzt. Und wie das Ganze auch sehr emotional und gefühlsvoll rübergebracht wurde. Die Charaktere sind alle sehr liebenswert, ja, das finde ich richtig gut gemacht. Man kann sich mit unserem Hauptcharakter Susu natürlich identifizieren, dann noch mit dem einen oder anderen Nebencharakter, der auch sehr witzig gemacht ist. Ab und zu ein bisschen kindisch, aber ist okay, ist ein Anime und da muss jetzt nicht alles so todernst sein. Das finde ich dann auch in Ordnung. Und dieser Wechsel hier immer von dieser Computerwelt in die Realität, dann wieder rüber in die Computerwelt, immer mit dem Handy spielen. Das ist auch top modern, top aktuell. Es heißt ja hier auch die Schöne und das Biest für die TikTok-Gesellschaft sozusagen. Und das kann man durchaus so sehen, dass sich der Film mit dieser Thematik beschäftigt. Auch eben, dass die Kinder einfach zu sehr sich in diese künstliche Welt verflüchtigen, sich dort aufführen. Wie wunder was, ja. Da gibt es ja auch unsere Keyboard-Rumbos sozusagen. Da glaubst du, die haben in der Nacht auf dem Rambo-Heft geschlafen, so wie sich manche aufhören. Liest man auch immer wieder in den Kommentaren auf YouTube. Und wenn die dann in der Wirklichkeit vor dir stehen würden, dann würden sie keinen Ton rausbringen. Auch das wird hier sehr toll aufgeschnappt. Fand ich super witzig. Was mich ein bisschen rausgerissen hat, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Aber es gibt jetzt ohne irgendwie einen Charakter, hier während wir die Charakter uns hier im Booklet anschauen, eine Szene im Film. Da sagt ein Junge zu einem Mädchen, ja, ich mag ja hier nicht spoilern wer, ich liebe dich. Und dann sagt sie nur, ich danke dir zurück. Hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert. Ich liebe dich. Und dann Han Solo, ja, ich weiß. Also irgendwie hat mich das rausgerissen in dem Film. Und wer den Film gesehen hat, weiß bestimmt, worauf ich anspiele. Aber ansonsten wirklich ein toller Film mit einem großartigen Soundtrack, tollen Liedern. Ich bin jetzt nicht der Fan, wenn in Filmen so viel gesungen wird. Speziell bei Disney ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich fand das in diesem Film hier absolut passend und nicht störend. Und das führt uns eben dann zum letzten Gimmick hier, das dieser Edition beiliegt. Nämlich dem Songtext der Booklet sozusagen. Auch sehr schön vom Aufbau her. Und die Texte und die Musik absolut hochwertig. Könnte jeder Track ein Song aus dem Radio sein, der in den Charts aktuell gerade ist. Und hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. So muss das dann auch sein bei einem Film. Die Szene mit den Wahl fand ich auch richtig klasse hier. Und diese Computerwelt, okay, die ist jetzt nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt. Aber doch die Artenvielfalt, die da herrscht, ähnlich von diesen ganzen, ganz vielen Avataren, diesen über 5 Milliarden Avataren da, sieht man dann auch hier nochmal mit dabei. Fand ich auch sehr witzig. Ja, paar Anspielungen. Und hier gibt es dann eben die Songtexte auf Deutsch. Und hier hat man dann immer die deutsche Version, den englischen Titel, Swarms of a Song zum Beispiel. Und, ja gut, solche Liedtexte, lalalalalalalalalala, klingt ein bisschen so wie Laila. Aber gut, gibt es dann halt auch so Schalalala. Malor kam, okay. Nein, also im Gegenteil, Ersatz dazu hier der Soundtrack. Absolut großartig und wird mit Sicherheit den Großteil der Geschmäcker treffen. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber jeden Geschmack kann man auch nicht treffen. Will man auch gar nicht treffen. Und das ist, finde ich, durchaus richtig gut so. Dann haben wir zum Schluss eben noch, von wem die deutschen Texte sind. Achim Götz und Gesang Lara Loft Trautmann. Großartige Stimme, passt perfekt. Finde ich richtig cool. Es gibt auch auf dem YouTube-Channel hier ein paar Behind-the-Scenes. Die kann man sich dann auch so angucken, ohne diese Ultimate Collectors Edition zu kaufen, um ein bisschen mehr gespürt zu bekommen, wer denn hinter Bell steckt. Die Stimme hinter Bell. Also, meine lieben Filmfreunde, so viel einmal zur Ultimate Collectors Edition von Bell. Eine richtig tolle Box. Da bekommt man noch was für sein Geld. Also, absolut großartig. Und der Film kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Hat mich überzeugt. Sehr gefühlvoll. Tolle Message. Und vor allem ein großartiger Soundtrack. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.